ja Prozent der Sünder also heute natürlich mehr durch verkehrt ja also und das mal so die hier hier für den Mann sind hier ja ein und wird habe ich jetzt er um er ist man sind wie hier vor der Lagerheit stehen geblieben ist auch wieder länger her wie immer heute noch nicht schön weg hier raus in der ja die Frage ist ein Karasko Schleimten ins Lagerhaus gucken ob ich das noch gebacken bekommen alles also in die erste die habe ich übersehen die habe ich schon ausgenommen was weiß ich war schön und wir werden jetzt hier alles nehmen was geht Schrauben war Dr. Arnaultius Bruchhuller traten auch auch zu bieten bieten Aachen und da ist so ein Back er ist hatte ich mal gehabt der hatte da er dann einmal weil er hat sich aussehen hingestellt immer wenn ich in die Treppen hochgegangen würden und dann ist es immer reingekommen das war scheiße genau wie wenn du durch die eine Tür da schleißt und und das sagt seiner gut Tür ist ja nicht mehr weil nicht ja das war auch schon lustig hergestellt was ich hoffe dass er sich gehört ne ich glaube nicht ja hier müssen wir noch mal kleine jump and run passagen machen nicht aber egal was ist denn das ach so Eisenheitsprocken ok alles nehmen schleichen nicht raus idiot weg mit dir ja ja ist ok toll jetzt habe ich gerade verkeigt mann ich traue dir nicht weg mit dir und wer muss ganz normal machen aber ist ja egal aber das speichert ist das schleichen sollten das Problem dass man jetzt schleichen muss ja aber egal ich habe gerade aufzunehmen und ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt kann aber sein dass es sich genau um 6 Uhr angefangen hat zu aufzunehmen aufzunehmen Prozent wird die ich hier nachher sehen bei mir sind die Video es gibt bei mir sind die ah wir müssen die Videos immer unterschiedlich lang da hat er da so wo gehe ich jetzt lang also muss hier nein raus Alter Alter eh das gibt's nicht ich springe jetzt einfach drüber ne ach und los Typen wie dich will ich hier nie wiedersehen ja ja kommen wir da an den Platz mach komm ja Opfer so wenn ich jetzt oben bin dann fange zu laufen oder ne mach ich das weil da kann ich nämlich ähm sieh da das hab ich gemeint das hab ich gemeint da bleibt der hängen und dann dann denkt der ich wär gegangen weg mit dir so jetzt denken die ich wär draußen hm so jetzt bin ich ja jetzt denken sie auch wieder ich bin draußen hm 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 die hier oben stören das schleiche ich wieder da 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 Papperm Bapperm bapperm oh leck voll geil krass Geld drin das Schloss ist zu schwierig ah ja genau Romanus Truhe genau stimmt jetzt ja auch noch und so Kann ich Roman auf eigentlich aufklauen da weiß ich gar nicht wenn ja dann klaue ich die Schlüssel nochmal sonst dann eben so ja genau ja das war es eigentlich auch schon vom Lagerhaus her. Also bei Ökos können wir jetzt... Ah ne, der Schrank noch. Und dann drüber noch das Truhe noch. Oh. Ja, genau. Genau, Junge, genau. Und tschüss. Pff. 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 Ne. Na komm mal zum Maul. Ah ne, doch nicht. Jetzt kriegt das gar nicht mit, dass ich oben umlauf, oder? Ne, bekommt der gar nicht mit. Und dann wird es gleich nicht trotzdem. Arschloch. Raus! Weg mit dir! Bin draußen. Weg mit dir! Weg mit dir! Dreh dich um, geh, komm! Ich will mich jetzt nicht lang an dir aufhalten, Dankeschön. Ja, der Schrank ist eigentlich das Ziemlich das Einzige und diese Truhe. Aber ich hab da grad was gesehen. Da, hier. Okay, da wieder so. Ja. Also ich hab grad noch eine Truhe gesehen. Da oben drauf. Ach, ja, naja, klar. Danke, dass du mich nicht gesehen hast. Ja, das war ja die Truhe, von mir eben... Ja, genau. Okay, die haben wir ja gesehen. Äh, genommen. Ausgenommen. So, jetzt können wir auch hier rauslaufen. Das ist doch scheißegal. Weg mit dir! Ah, ja, genau. Ich traue dir nicht. Aber hier darf ich dran. Du nehmen Sachen! Boah! Fail. Übelst. Übelst! Ey, jetzt könnte ich grad kotzen, ne? Ich hab jetzt... Oh, nee, ey, ey, was muss ich jetzt nochmal alles machen? Ich glaub, da... Ja, toll, dich kennst du... Oh, nee, ich weiß jetzt, wie schneller geht. Von daher... Der Cool sieht aus, als... Ich sag jetzt gar nix. Das Trennschleichen ermöglicht dir, dich lautlos vor... Ja. Äh, dich lautlos vorzubewegen. Ich hab gedacht, da könnte man jetzt was holen, aber nie. Ich traue dir nicht. Ja, ja. Weg mit dir! Mann, ey, das ist so scheiße. Weg mit dir! Ja, ja. Ja, verschwinde von hier! Boom. So, jetzt kann ich wieder die ganzen Sachen nehmen. Jubidubidubi-dub-dub-bum. Äh, die da hat den hier. Ach, die ist gar nicht verschlossen. Und eben die andere da hinten. Das Roman aus True, die kann ich nicht öffnen. Schrank. Schabadawada-dub-bu-shubu-widubu-dub-dub-dub. Ja, die ist aber verschlossen. Okay, das ging schnell, weil ich ja wusste, wie der Code ist, sag ich mal. Also sonst haben wir nix mehr. Den Schrank hab ich ausgenommen. Ja, lauf. Typen wie dich will ich hier nie wiedersehen. Ja, sorry, aber... Ne? Oh, komm ich hier. Ja, ja, halt mal. Ja, ja, halt mal. Und das haben mich beobachtet, hat mir klar, weil Zaun nützlich deswegen hierher zu gehen. Das sieht mich. Ganz langsam. Geschafft. Jetzt wäre ich auszusehen von der Lettersrunde, äh, von der, ja, egal. Ich hab hier oft, ich einfach nur daneben geklickt hab gerade. Ja, das war's eigentlich, ne, oder? Weg mit dir! Stell dich mal bitte da hin. Da kann ich was hinten klauen. Arschloch. Weg mit dir! Was, wenn nicht? Was ist das? Was. Ich. 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 Ich.